Musik Ich bin Elisa Luzius, Netzreporterin hier auf dem ADC in Frankfurt. Ich darf neben mir begrüßen Jochen Redeker, Chef des ADC, Grafikdesigner und Buchautor. Das Motto des diesjährigen ADC ist ja, Ideen sind das Geld von morgen, kreativer als Vorboten einer neuen Ökonomie. Worin besteht denn Ihrer Meinung nach der Bedarf an Kreativität? Wir sind der absolute Treiber für die deutsche Wirtschaft und als solcher wollen wir auch ernst genommen werden und deswegen haben wir uns gerade hier in Frankfurt dieses Motto über den Kongress geschrieben und über die gesamte Kreativausstellung und auch über die Awardschau. Ideen sind das Geld von morgen. Welche Ideen sind denn jetzt konkret gemeint? Sind das Kampagnenideen oder Produktideen? Also ich glaube zunächst mal, das Wort Idee hat ja niemand gepachtet von sich aus. Es sind alle Arten von Ideen und der ADC ist ja unglaublich vielfältig aufgestellt. Wir haben klassische Werber, die machen Kampagnen. Wir haben Designer, die machen Produktdesign, die machen Marken und betreiben Markenpflege. Wir haben Leute, die machen das im dreidimensionalen Bereich, Kommunikation im Raum, Event. Wir haben Leute, die machen das in der Print, in der Digitalkommunikation im Bereich Editorial. Wir haben Leute, die machen das im Netz. Das heißt, wir bilden alle Spektren von kommerzieller Kreativität ab und da sind sicherlich viele Ideen dabei, die morgen wirksam werden. Aber es ist auch gleichzeitig immer wieder was, was der Wirtschaftsimpulse gibt. Wie kann ich denn mit meinen Produkten erfolgreich kommunizieren? Und es gibt auch Dinge, da verbindet sich das. Nehmen wir mal das Beispiel unseres diesjährigen Jury-Chairmans und den haben wir nicht ohne Grund ausgesucht, Hartmut Esslinger. Hartmut hat zu einer Zeit, als Apple so eine kleine Klitsche war, die komische Sachen für Grafikdesigner hergestellt hat, eine Idee gehabt, nämlich, dass diese Computer so aussehen sollen, dass Menschen die mögen. Was ist passiert? Apple ist heute die wertvollste Firma der Welt. Das hätte damals, als Hartmut Esslinger für Apple designt hat, niemand gedacht, außer vielleicht Steve Jobs. Und das, was heute hier beim ADC passiert, das sind ganz viele Ideen, die vielleicht erst morgen wirksam werden. Das sind einige Ideen, die im letzten Jahr schon wirksam wurden, sonst wären sie nicht eingesandt worden, die aber Impulse geben können für die Wirtschaft. Und das Zweite ist sicherlich auch, und für mich ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr, die ADC-Ausstellung mit 8000 kreativen Arbeiten ist ein zentrales Statement für den Schutz des Urheberrechts in Deutschland. Denn wenn wir in einer politischen Situation leben, und deswegen beeinflusst der ADC als wichtigstes Branchentreffen nicht nur die Kreativwirtschaft, sondern auch die reale Wirtschaft um uns herum, und vor allem auch die Politik. Wenn wir hier 8000 Arbeiten haben, für die Kreative wochenlang, jahrelang in großen Gruppen gearbeitet haben, und wir sind in eine Gesellschaft mit diesen Ideen hineingeschleudert, die plötzlich Kreativität nicht mehr bezahlen möchte, sondern die sagt, hey, download, solange das Privatmast überhaupt kein Problem, im Netz gehört allen alles, dann ist diese Branche tot. Welchen Mehrwert kann man denn den Unternehmen davon versprechen? Der Mehrwert ist der, nehmen wir das Beispiel Apple nochmal, dass man mit kreativen Ideen seine kreative unternehmerische Idee ans richtige Publikum, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Medien vermitteln kann. Darüber hinaus sind aber Kreative heute auch viel mehr Unternehmensberater, gerade wir als Grafikdesigner. Ich mit meiner Firma habe ganz viel zu tun, wir machen Geschäftsberichte, wir machen Markenentwicklungen mit Vorständen, oft Vorstandsvorsitzenden. Und die würden nicht mit mir reden, wenn ich nur nette Bildchen machen würde und das so anmalen würde, dass dann abends am Küchentisch das Ehepaar Vorstandsvorsitz entscheiden kann, welcher Entwurf hat ihnen am besten gefallen, sondern eigentlich machen wir strategische Unternehmensberatung. Welche Werte kommuniziere ich wie? Welche Vorteile meiner Marke, meines Produktes kann ich welcher Zielgruppe mit welchem Thema an die Hand geben? Und wie könnte ich die dazu noch bringen, das gut zu finden und das mit dem Lächeln zu machen? Das ist Unternehmensberatung. Der einzige Unterschied zur Unternehmensberatung ist, wir löffeln die Suppe auch noch aus. Das heißt, wir müssen es dann auch noch beweisen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, hier erfolgreich zu sein. Und erfolgreiche Kreation, erfolgreiche Kommunikation ist die, die Marken erfolgreicher macht, die Produkte erfolgreicher macht und die dabei noch Spaß macht. Da stimme ich Ihnen komplett zu. Aber jetzt nennen Sie mir doch zum Schluss nochmal ein paar Punkte, wie Sie Ihr Ziel erreichen wollen. Einmal dadurch, dass wir bei den Netzreportern und bei vielen anderen Medien unterwegs sind und sagen, es lohnt sich in Kreativität zu investieren. Da sind wir als ADC, als Art Directors Club mit dem, ja mit den 600 vielleicht erfolgreichsten kreativen Deutschlands als Mitgliedern ziemlich gut aufgestellt dafür. Die Botschaft wird verstanden. Wir haben ein Kongressprogramm, was einige tausend Leute angucken werden, bei denen die Botschaft kommuniziert wird. Wir werden auch in Zukunft noch sehr viel machen, um in die Medien zu kommen, um deutlich zu sagen, Kreativität lohnt sich, wir sind ein Wirtschaftsfaktor, wir wollen ernst genommen werden. Wir werden aktiver in die Diskussion gehen. Der ADC hat sich jahrelang immer gerne mit sich selber beschäftigt. Und das ist ja auch hier ein Klassentreffen. Macht auch Spaß. Lauter Kreative treffen sich. Mensch, wie wenig Haare hast du denn? Wie dick bist du geworden? Aber viel spannender ist es ja, was ist eigentlich in den Köpfen passiert und in den dicken Bäuchen? Was ist da rausgekommen? Und was ist das für die freie Wirtschaft? Und das werden wir kommunizieren. Wir merken es jetzt schon an den Medien, an der Berichterstattung. Wir haben viel mehr Feedback aus der Wirtschaftspresse. Die Fachpresse sagt, Mensch, der ADC ist plötzlich ernst zu nehmen. Und das wird positiv aufgenommen. Ja, dann hoffe ich, dass wir Kreative nicht nur als Bildchenmaler dastehen, sondern auch endlich ernst genommen werden. Und dass alles weiter so auf diesem Weg bleibt, wie es jetzt ist. Und bedanke mich bei Jochen Redeker für das tolle, aufschlussreiche Interview. Ich danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.